Jawohl liebe Leute, da bin ich wieder mit Age of Empires 2 in der Definitive Edition. Wir spielen wieder auf Nomad. Ich überlege gerade, welches Sith ich picke. Ich wollte eine Archer Sith auf jeden Fall nehmen. Ich glaube, ich picke mir die mal allein mit raus. Die sind eigentlich eine Seefahrer Sith, aber ich denke, die sind auch nicht schlecht als Bogenschützen Sith, weil die sehr schnell ins Nichts Zelt aufsteigen können. Und die haben ziemlich günstige Elefanten, was auf jeden Fall auch ziemlich cool ist. So. Genau, es ist nicht schlecht, ein König zu sein. Und wir spielen in Zerpaner, Berber und Malaien, starke Bogen, schützen Sith gegen Byzantiner, Teutonen und Äthiopier. Byzantiner und Äthiopier, auch sehr starke Bogen, schützen Sith und Teutonen eher Infanterie- und Belagungswerkzeuge. Genau, aber ich denke, wir haben die Sith ein bisschen besser, habe ich, als die Gegner, weil Teutonen finde ich jetzt nicht so vorteilhaft für diese Art von Karte. So, hier, zack. So. Genau, genau, genau. Ah ja, okay. Gut, wo ist denn wieder der nächste Gegner für mich? Sehe ich da in diesen Verträgen? Ah, okay, hier unten ist auf jeden Fall nochmal. So. So. Haben wir noch mal eine Kuh? Nee. Wo überall die Leute sind. Moment. Hier ist auf jeden Fall. Ah ja, hier drüben ist auch nochmal. Aber auf den würde ich mich dann später fixieren wollen. Genau, ich baue schon mal mein erstes Häusle mit auf. So, ihr könnt schon mal die Kuh schlachten. Jawohl. Und so läuft das. Genau, ich nehme an, der Teutone wird hier unten irgendwo sein und dann wird also hier bloß noch Byzantina oder Äthiopia sein können. Das weiß ich natürlich allerdings noch nicht. Was läuft denn hier für Wege? Mann. Na gut. Gut. Wir haben auch noch ein Schweinchen, sehe ich gerade. Hier haben wir ein Schweinchen. Hier haben wir ein Schweinchen. Okay. Dann muss ich hier jetzt ein Überjäger werden. Ich werde die alle, glaube ich, hier hinlocken zu diesem Busch. Oh, was ist das? Eine Kuh wurde mir geschickt. Oh, die macht erst mal ein Häuschen. Die muss erst mal ganz aus dem Häuschen sein. So. Hier, holzen. Jawohl. So lob ich mir das. Die macht die Kuh noch kalt. Wunderbar. So, wo geht's dort hin? So. Einmal Webstuhl. Vielen Dank. Da, 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 da. Gut. Gehe ich jetzt erstmal ja fleißig Rehe jagen. Wunderbar. Wenn ich ein Scraut hätte, könnte ich die halt auch in meine Richtung treiben. Das wäre ziemlich cool. Oh, jawohl. Al Kultura Buru. Genau. So, hier geht dort drauf. Dann hier neue Holzer, Leute. So. Du machst hier eine Holzerlage, mein Freund. Oh, achso, hier die Kuh. Die war das, genau. So. Bau, bau, bau. Das Häuschen auf. Ein Haus bauen dauert übrigens ähnlich lange wie ein Bauern ausbilden. Also, wenn ihr bei 13 seid und ihr habt bloß Popcap für 15 Leute, dann sollte mal der 13. Bauer ganz dringend ein Häuschen bauen. So, ihr geht dort drin. So, ihr macht dort weiter. Jawohl. So. Ein, zwei. Oh, und dann werde ich gleich raus zum Schweine schlechter. Okay. Ja. Duke of Bacon. Ich habe den Vorteil, ich kann mit dem Bauern hochgehen, weil ich schneller ins nächste Zeitalter voranschreite. Heißt also, ich kann mit einer höheren Anzahl von Bauern trotzdem die gleiche Abzeit schaffen. Das ist sehr cool an Malaien. Ich finde, das ist auch der stärkste Bonus eigentlich, den die haben. Siam, Siam. So, du gehst hier mal schön weiter, mein Freund. Dann wird hier ein Dock gebaut und dann wird hier fleißig gefischt. Ich habe vor allem auch sehr, sehr ergiebige Fishtraps mit dem Malaien. Das ist auch sehr, sehr cool. Ich habe mich erst geärgert, die hatten einen Bonus gehabt, dass diese Fishtraps unendlich viel Nahrung bieten. Das machen die nicht mehr. Aber, die sind jetzt günstiger geworden. Die haben immer noch dreimal so viel Futter wie sonst. Aber die kosten bloß noch zwei Drittel des Preises. Und ich habe mal durchgerechnet und in ganz, ganz vielen Szenarios ist das tatsächlich sogar sinnvoller und ergiebiger als andersrum. Genau. Du darfst hier holzen, mein Freund. Hier geht hier mit hin. Du gehst den Schweine locken. Ich werde jetzt fleißig Schweine erlegen. So, Moment. Ich kann erst mal ein Häuschen bauen. Jawohl. Ist der Magen tätig? Nee. Wer ist der Dock hier noch? Okay. Die Frage geht nicht an mich. Jawohl. Und dass du Schweinebacke hast. Erneuntätig. Sehr gut. Dann können wir hier noch ein Schiff mit hinschicken. So. Du gehst hier mit drauf, mein Freund. Ihr macht hier ein Holzfällerlager. Akumarwai. Akumarwai. Sieab. So. Gut, das Schwein hier, das ist schon relativ aufgeknabbert. Dann gehen wir mal das nächste Schweinchen anlocken. Es ist immer ein bisschen schwierig, am Anfang so dieses Timing rauszufinden, wann man am besten was macht. Das braucht immer definitiv ein bisschen Zeit, bis man da gut drin wird. So, hier. Zack, jawohl. Folge mir, du Schweinebacke. Ich glaube, der Elmar hat auch schon Richtung Feudalzeit, weil ich jetzt die Punktzahl deutlich über ihn gesteckt habe. Das muss man eben auch drauf achten. Wenn man hochsteigt, verliert man erstmal Ressourcen. Und deswegen verliert man auch relativ viel Punktzahl. Das kann man also immer... Man kann also an der Punktzahl quasi relativ gut auch sehen, ob jetzt ein Gegner schon Richtung nächstes Zeitalter unterwegs ist oder nicht. Genau. So, hier. Bitte. Fischen gehen, meine lieben Freunde. Jawohl. Wir sind uns untätig. Sehr gut. So lobe ich mir das. Und dann waren wir hier noch... Genau, hier haben wir noch Schweinchen. Das versteckt sich hinterm Wald. Ich verstecke mich hinterm Baum. Dann sieht mich keiner. So. Ich habe jetzt eine blöde Bucht. Das ist nicht so cool. So, hier. Die Kuh können wir uns runter schicken. Jawohl. Und wir gehen hoch mit 430 Bauern. Dem einen oder anderen ist vielleicht noch aufgefallen. Bei Nomid brauche ich immer mehr Leute, um aufzusteigen. Das liegt einfach auch daran, dass man langsamer einen Start hat. Das ist dann einfach so. Aber da ich jetzt eine relativ schnelle Abzeit habe als Malaya, man sieht auch, dass der Balken sich deutlich schneller füllt. Das ist kein Problem. Gut, Elmar hat dort mich gerade leicht überstiegen. Erst jetzt spiele ich die Pedalzeit. Gut, du bist hier fertig, mein Freund. Sehr gut. Das lobe ich mir. Du kannst erst mal eine Kaserne bauen. Und wir brauchen jetzt gleich... Ups. Wir brauchen jetzt gleich erst mal auch ein paar Leute auf Gold. Akutu Haburu. So, hier. Zack. Dann kann ich mich gleich fleißig Bogenschützen auch machen. So, du gehst mal das nächste Schwein anlochen. So. Ich verarsche mal meine Kollegen ein bisschen. So. Ähm. Genau. So, hier. Bitte einmal das. Jawohl. Vielen Dank. Einmal das bitte. Ups. Oh, jetzt habe ich eine Boss drauf. Ach, das ist doch ärgerlich. Sowas pingst einem halt nicht an, ne? Man kriegt halt bloß eine Notification, wenn man auf den Gegner angegriffen wird. Das war jetzt halt einfach ein sinnlos verschwinderter Bauer gewesen. Ich meine, ich kann es mir an sich leisten gegen KI. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber es ist halt ärgerlich, ne? Also, wenn man einen Bauern unnötig verliert. Wobei gut, der Bauern hat wenigstens das Schwein ein bisschen geschwächt. Also, von da war es nicht ganz sinnlos. Natürlich hätte ich gerne meinen Born noch ein bisschen länger behalten, wie man sich vorstellen kann. So, hier. Wer ist untätig? Ihr seid untätig. Sehr gut. Ah, hier ist vom gelben Freund ein Gebäude. So, dann macht ihr erst mal hier eine Mühle. Aber bevor ihr die Mühle macht, macht ihr das. Jawohl. Und ich werde dann gleich mal Richtung Osten ziehen. Dann geht ein rauer Wind in den Osten. Und dann werde ich hier gucken, was da für ein Gegner ist. I take care of this one. So. So, eins, zwei. Jawohl. So, hier. Rüstung können wir gleich auch noch kaufen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt brauchen, aber warum nicht, wenn man es sich leisten kann. So. Dann könnten hier, genau, hier oben können sie dann auch gleich weitermachen. die fleißigen Gegers, Leute. So, hier. Schweinchen fertig. Jawohl, jawohl, jawohl. Bitte einmal alle Ressourcen abliefern. Und dann geht es hier oben für euch weiter. So. Das erst mal machen. Jawohl. So, wir brauchen mehr Bauern. Sechs, eine gute Anzahl. Falls mal jemand gefragt hat, wie viele Leute für einen Archer Rush ganz gut sind. Sechs Leute ist eine ziemlich vernünftige Anzahl gegen KI. So, ist da jemand untätig? Du bist untätig. Na, dann mal ein Zwerg. Bom. Ja, wie man da sieht, aufs Multitasking fällt mir ein bisschen schwer gerade. Ah, das ist häufig so. So. Hier drüben muss irgendwas sein. Ich habe doch hier vorne diesen schönen Kreis gesehen. Ich glaube, der hat zwischen hier so ein Dies in die Ecke hingepflanzt. So. Hier. Hier. So, eins. Zwei. Und untätig. Gut, dann gucken wir mal. Machen wir noch einen Bauern? den letzten und dann geht es Richtung Ritterzeit hoch für uns. Ah, ja. Okay, Byzantina. Ah, Woodline. Nice. Zack, ein Bauer tot. Noch ein Bauer tot. Haufen Idle Time. Alleine jetzt, dadurch, dass ich jetzt zwei Bauen bloß gekillt habe, hat sich eigentlich der Rush schon ausgezahlt. So, hier. Also, wie gesagt, das war jetzt schon ein sehr erfolgreicher Rush gewesen. So, zack. Du machst Häuser, mein Freund. Akupamangunikano. Irgendwas, ich sag mal wieder den Computer-Gegner aus. Eins, zwei, drei, vier. Ich gehe wieder schnell hoch. Oh, der hat hier schon ein Ritter draußen. Das ist natürlich nicht cool für mich. Ich werde richtig hier viele Ampo-Schützen brauchen. Ich mache ganz schön Verluste. Jetzt haben wir noch einen zweiten Ritter draußen. Das ist natürlich schlecht für mich. Ah ja, jetzt kommen wir der Byzantiner an und will noch von mir Sachen abziehen. So, ich brauche hier mehr Bogenschützen, mehr Ampo-Schützen. Das geht sonst nicht. Das geht sonst nicht anders. So, hier. Wodkin-Pfeil brauche ich auf jeden Fall. Farmen-Upgrade. Holz-Upgrade. Jawohl, vielen Dank. Ah, jetzt hätten sie die Kuhl mal schlachten können. Na, egal. Ah, die Kuhl. Hore ich jetzt erstmal hier mit hin. So. So. Achso, wir haben kein Holz. Kein ausreichendes. Gut. Dann brauchen wir erstmal neues Holz. Genau, aber jetzt mit Ampo-Schützen kann ich die Ritter schon relativ gut countern. Okay, das kostet bloß Nahrung und Gold. Dann machen wir das Upgrade erstmal. Ich denke, der Rush, also mit den ganzen Bounden, die ich schon gekillt hatte dadurch, der war es schon wert gewesen an sich. Also von daher ist es jetzt nicht so schlimm, dass ich die Bounden verloren hatte. Das ist dann einfach so gewesen. So, hier. Jawohl. Ist jemand untätig? Ne, kann das untätig? Sehr gut. So, 1, 2 und 3. Bounden wird entwickelt. Jawohl. Ich mache nur zwei Pickeliere, damit ich hier auch die Rittergurt wegschießen kann. So, dann gehen wir wieder zurück und machen jetzt mit neuen Waffen neuen Terror. So, achso, ich könnte auch mal A einen Markt bauen und B könnte ich ein bisschen Stein kaufen. Brauche ich nämlich gerade. So, hier. Jawohl. Jetzt kann er nämlich mit Rittern kommen, das stört mich überhaupt nicht und wenn er gerade eine Fakte raushaut, schießt er einfach mit den Ampo-Schützen. weg. Moment, ne, die Schicht einfach hier mit drüber. Jetzt rennt wir wieder rein. Ach, Leute. Leute. So, hier. einmal das einkaufen. Ja, ich muss das einkaufen. Jawohl. Ich habe es geschafft, dass ich Rang-Erster bin. Weiß ich nicht, weil eigentlich Ah, El Matadolfi besser ist als ich. So, hier ist er nicht. Untätig? Nee. Oh, du machst da noch mal ein Häusler? So, hier. Jawohl. Und ich werde mal ein bisschen ein bisschen Stein, glaube ich, ein bisschen Stein, glaube ich, einkaufen. So. So, drei, vier, fünf. Das war natürlich auch ein bisschen schmerzhaft für meine Finanzen, aber was soll's. Und dann werde ich hier mal ein paar Boren mit rüberziehen. Und ich kann dann hier drüben eine Borken pflanzen. So, ihr könnt gleich noch mitkommen. Ah ja, hier ist noch so ein Typ. Und den können wir erstmal gehen. Man sieht, Armbruchschützen ab einer gewissen Anzahl sind auch ein guter Counter gegen Dritter. So, hier. Ich schick dann Peknia gegen meine Borgenschützen. Interessante Auswahl. Leute! Was geht denn hier schon wieder? So. So, hier. Das ist mein Constructionist-Team. Hallo! Was wird denn hier bekehrt? Bitteschön. Achso. Sehr gut. Ich wollte das TC jetzt die Bork so hinpflanzen, dass ich hier gleich auf beide TC's schießen kann. Und ich hier auf möglichst viele Felder Kontrolle habe. So, schießt die mal weg. Jawohl. So. Jetzt fängt es mal hier richtig los. Jawohl. Er kann hier mit draufgehen. Ja, sehr gut. Ich habe mir schön einen Ritter gekillt. Lob ich mir das? So, jetzt will ich mit Pekinian meine Born angreifen. Das wusste ich. so, und wir dürfen das TC's impfen auch nicht vergessen. Das werde ich gleich als nächstes machen müssen. So, jawohl. Einmal impf hoch. So, die sind untätig jetzt. Sehr gut. Leute! Steht voll im TC-Feuer. Hallo! Bewegt euch! Bewegt euch! So. So. Dann werde ich halt so schnell wie möglich auf Obelisten natürlich gehen. So. Dann schießt die mal alle weg. Sehr gut. Und dann kommen auch deine Driböcke als nächstes raus. Und dann werde ich hier alles runter treten mit meinen Driböcken. Sollte das Problem muss möglich sein. So. Dann brauche ich hier noch Gold. Das Gold, das er mir holt. Es wird ganz viel geschmollt. So. Hier. Ist noch eine fette Goldfläche. Da kann ich auch noch mit drauf gehen. Och, ich kann ja nicht sehen, wo ich angegriffen werde wegen diesem scheiß Feld. dann kill doch die Mangel zuerst liebe Burg. So. Ich kann auch mal eine Uni bauen. Fällt mir gerade einfach mal so ein. So. Eins, zwei, die Böcke bitte. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Aber letztens hat man jetzt höher gemacht im letzten Upgrade. Das bin ich ein bisschen assi. Aber gut, was willst du machen? Ich könnte hier drüben noch fleißig Ressourcen abkloppen. Dann muss ich noch eine zweite Burg mit hin. Jawohl, das klappen wir runter. Hier drauf, liebe Leute. So, und wir haben eure letzten. Sehr nice. Jetzt brauchen wir noch Ballistik und Chemie. Dann haben wir von Upgrades, was den Angriff betrifft. So, dann haben wir noch einen TC mit hin. So, hier kommen wir die Mangel weg, bitte. Jawohl. So, ihr geht hier auf den Stein drauf. Ah ja, jetzt fängt hier sowas wieder an. Ich bin auch hier richtig einfach, wenn ich gerade so nachdenke, Mörderlöcher bauen und hier eine Borgmitte hinten pflanzen. Ich mache zuerst das. Hier, Mangel weg, Jawohl. So, 1, 2. 1, 2, 3. Ja, auf Borg. Jawohl. So, wir werden hier die Goldarbeiter einmal wegschießen. Jawohl. Dann gehen wir gleich aufs nächste Tissime drüber. So, wie man sehen kann, die Aboläste mit vollen Upgrades. Hier hauen halt euch alles durch hier, auf der Seite. So, hier. Ja. Wollen wir weiter Lager, bitte. Oh! Is das Fall hier? Okay. Ups, ich wort bekehrt. Wo wort ich hier bekehrt? Spannerei. Da kriegt man den Mönch. Jawohl. Ich kann erstmal die Schießanlage weckauen. Die ist am nervigsten. So, hier. Infanterie an der Front. So, dann kommt ihr da noch schön Ressourcen weg. Jawohl. So, ich werde hier weggeschossen. So, dann hier einmal drauf. Hallo. Wo wollen wir mit Kämpfern legen? Los. Sehr gut. Glaube ich mir das. Du bist untätig, du bist untätig. So, hier drüben mit hin. Okay, hier ist mir noch zu viel Wirtschaft. Das passt mir gar nicht. So, machst du mal ein Kloster hin? Ja. Hörtchen eben an den Angriffen. Achso, weil jetzt Ramböcke ankommen. Interessant. Genau. Macht ihr das mal, liebe Kramwit-Kentler? Achso, hier waren Kramwit-Kentler wieder. Interessant. So, dann macht ihr mal hier diese Schießanlagen weg. Die sind sehr nervig. So, Reliktien aufsammeln. Jawohl, vielen Dank. Neue Bock bitte bauen. So, und eigentlich kann ich auch mal hier... Ist das nicht der Gegner? Was? Der Gegner hat sich reingeschleust? Flächheit. So. So, zack. Erste Relikt gesichert. Zack. Zweite Relikt gesichert. Ich bin halt ein bisschen... ...verdutzt, dass er noch nicht aufgibt hier. Der Byzantiner. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wo er überhaupt noch Born hat. Er kann nicht mehr so viele haben. So, dann gehe ich mal mit den Burgschützen heim. Noch ist jemand untätig? Ne. So, hier ist die Bock mit hin. Andere und die Bock mit hin. Nein, hier noch eine Burg. Dann machen wir gleich hier noch eine Burg mit hin. So. Zack. Sie sind untätig. Du bist untätig. Okay. Dann macht ihr ja noch ihren TC hier hin. Und ich krasser TC-Bauer. Ich glaube, ich habe so ein Gefühl, die Hälfte meines Popspaces einfach durch diese ganzen Dorfzellen, die ich gerade hingepflanzt habe. So, da darfst du dort noch hinbauen. Hier darfst du die Burg mitbauen. Jawoll. So. Hier einmal. Zack. Ich weiß echt nicht mehr, wo er hier auch noch überhaupt noch irgendwo stehen soll. Das ist schon abgefahren. Guck. Die Schiffe machen dort ein bisschen Terror. Ich schieb mal hier unten mal meine Böcke mit hin. Das kann nicht schaden. Da unten sind es, glaube ich, eher benötigt. So, hier. Zwerfpflicht. Jetzt mache ich hier eine richtig fette Armee noch auf der Seite. Ihr seid fertig. Sehr gut. Da drüben sie einen TC mit hinbauen. Jawoll. So, noch eine Dreifelderwirtschaft, um noch weniger Holz zu verlieren. Oh, jetzt war ich hier von 11 Warte doll geholt. Mittlerweile. Ah ja, hier wird noch gefischt zumindest. Ah ja, hier wird noch gefischt zumindest. Okay, das war jetzt einfach sinnlos ein Typen verloren, aber egal. So. Gut, dann schieb ich mal hier mit fleißig rüber. Ist das hier nochmal Äthiopier? Ja, okay. Also untätig, okay. Oder haben wir hier oben noch fleißig abgebaut? Ich glaube, ich kann auch nochmal diese Upgrades gebrauchen. Also so viel, wie ich hier wegklaupe an Ressourcen, habe ich das bestimmt definitiv gebrauchen, gerade fürs Gold. So, wir wollen das Wüstungs-Upgrade noch kaufen. Also, wir wollen das Wüstungs-Upgrade noch mal hier. So, wir wollen das Wüstungs-Upgrade noch mal durch. So, schießt die Bauern weg. Jawoll. Oh, hier ist ein Borg. Da muss ich aufpassen. Hier geht ich mal die ganzen Bauern. So, dann mal hier mit hin. Und ich klinge ja schön die ganzen Bauern weg. Und ich mag dran. Oh, hier schön Wirtschaftsschaden. Was war der Rote noch mal? Ach, Bärbara, ja. Ah, ich dachte, wir wieder in die Borg. Borg rein. Das ist natürlich nicht gut. Ah, ich kann mal ein paar Drücke mit runterschicken. Die fällt mir gerade mal auf. Ich hätte eigentlich schon mal auf 1, 2, 3 auf die Idee kommen können. So, ihr macht das. Dann geht ihr mit drüber. So, du brauchst noch ein Schloss. Warum auch immer. So, Mensch wegschießen. Jawoll. Zack. Aha, das war meiner. Ne, Quatsch. Ich hatte den Grünen angegriffen. So war das. Genau. Ah, sind hier oben noch Leute? So, hier einmal ins Gebäude rein. Okay, ich habe mich mit Bogenschützen an. Interessant. Jetzt hat er gesehen, oh, hier sind nochmal drei Bogenschützen. Verdammt, ich muss aufgeben. Gut, dann ist bloß noch der Äthiopio unten da. Wo sind denn meine Trieböcke? Achso, die sind hier. Schicht die mal mit runter. So, Trieböcke kommen schon rein. Fünf Stück haben wir. Wir sollten hier einen schnellen Prozess machen mit der Burg. So, hier. 25 Leute, sehr gut. Oh, dann schießen wir die noch weg. Ja. Ja, Baginda. Ja, Baginda. Maju. Ja. Ja, Baginda. So, good game. Auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Okidoki. Genau. Ah, hier ist noch ein Bogenschützer bei mir. Ja. Jawohl. So. Da einmal kurz zurückdrücken. Was hat eigentlich unser roter Kumpel hier gemacht? Der ist unglaublich zurück gewesen. Und der Score normalerweise ist ja auch nicht so schlecht. Aha, okay. Vielleicht hatte ich mit dem Äthiopio schon sehr viel Stress gehabt am Anfang. Ja, die sind auch nicht ganz schlecht auf Seeweg, die Äthiopier. Die sind zwar nicht super gut, aber die haben Kanonenschiffe und die haben auch Galleonen mit vollen Upgrades. Na gut, ich gehe mal kurz in die Statistik mit rein. Achso, ich habe ja die meisten gekillt und die wenigsten verloren. Uh, sehr effizient. Was? 10 zu 1. Ah, ich wurde wieder eingeladen zum Spiel, damit ich erstmal die Aufnahmen kurz beenden müssen. Ich gucke mal kurz in die Economy. Ok, ich habe am meisten Steine gesammelt mit Abstand. Und ich habe sehr, sehr viel Gold eingesammelt. Genau. Und zwölf Bogen gebaut. Ok, ich habe mehr Bogen gebaut als andere Spieler zusammen. Das ist auch lustig. Gut, ich werde hier langsam. Ich flexe mich hier in dem Spiel nach oben. Und irgendwann bin ich Top 0,5% der Spieler, wenn ich so weitermache. Gut, ich beende jetzt mal kurz die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir können uns dann hoffentlich im nächsten Video weitersehen. Genau, haut rein liebe Leute. Und bis demnächst. Genau.